In einem Publikum verhält es sich genau gleich wie mit am Ende Roswitha. Wenn man eine Resonanz will, dann muss man sie schon ein bisschen kutzeln. Also lasst mich diese Ballade an all das Seiende aus dem Tun heraus für euch performen, meine Brüder und Schwestern. Und ein Applaus für uns im Temporär, die Präsidenten. Sieg, 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 Sieg! Und wenn Gott dort oben ist, warum schaut ihr dann nach unten? Wenn die Welt so verlogen ist, warum macht ihr sie dann nach? Der Hoffnach regiert, doch das Volk applaudiert für den Königin. Und schau dir die Menschen nach, sie glauben so fest in das, was er predigt. Denn nur die Hälfte von dem, was wir tun, nur die Hälfte von dem, was wir sehen, jeder wäre ein Königin. Die glauben an die Flugzeuge, die wir am Himmel sehen, aber nicht an die Sterne, die dahinter stehen. Und statt ein Teil von der Lösung zu sein, sind wir lieber ein Teil von Problemen. Und hier werden Sieg, der Hoffnach regiert, doch das Volk handelt ihr für den Königin. Und schau dir die Menschen nach, sie haben sich dem Leben entdeckt. Ihr seid der Lädchen, wenn nur die Hälfte von dem, was wir tun, nur die Hälfte von dem, was wir sehen, jeder wäre ein Königin. Wenn nur die Hälfte von dem, was wir tun, nur die Hälfte von dem, was wir sehen, jeder wäre ein Königin. Jetzt singt es mit mir gemeinsam, alle! Das ist jetzt, diese drei Hälfte, wir gehen nochmal, alle! Das ist jetzt, diese drei Hälfte von dem, was wir sehen, jeder wäre ein Königin. Das ist jetzt, diese drei Hälfte von dem, was wir sehen, jeder wäre ein Königin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Musik 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 Musik